Herzlich willkommen zurück, ihr schon coolen Freundinnen und Freunde unserer World of Warcraft. Mein Name heißt Andreas und wir machen weiter mit Folge 133 meiner Zuru-Let's-Play-Serie. Nur mit dem WoW-Abo ohne Dragonflight gestartet, wie alle Anfängerinnen und Anfänger und die Casuals. Und wir haben uns jetzt ein bisschen durchgegrindet. Das sind die Rahmenbedingungen. Ich habe mir so eine Challenge gesetzt, wirklich in einem, soweit es geht, Casual-Korsett, wirklich. Die 7 Marken zu erfarmeln, damit wir 90 Euro oder 91 Euro sind es dann rechnerisch Battle.net Guthaben haben, um auf die TWW Epic Edition hinzusparen und sie auch einlösen zu können. 3 Tage vor Abzugang sind das Stichwort. Wir haben 620.000 Gold geknackt. Wir haben das Tundra-Mammut und ich möchte jetzt mit euch, ich werde mich jetzt diesmal nicht einloggen zum Handeln, einfach weil das mal ein bisschen Zeit kostet und die 10-15 Minuten werden wir nutzen, um direkt weiter zu farmen. Die Kanalmitglieder erhalten Vorabzugriffe auf die Videos, die ich so vorproduziere. Vielen Dank für eure Unterstützung und für den Support. Für alle anderen, alles wird hier öffentlich. Keine Geheimnisse, keine Paywall oder irgendwas. Das sind einfach Sachen, die ich vorausproduziert habe als Dankeschön für eure Unterstützung. Und jetzt geht das weiter. Also der nächste große Meilenstein sind 650k und wir nehmen uns ein bisschen die Scherbenwelt vor. Wir gucken mal, ob unser Lieblings-Rare dort gerade jetzt erschienen ist, also nicht in der Scherbenwelt, sondern an seinem üblichen Spawnpunkt steht er noch da. Können wir ihn looten? Er ist nicht da. Ist auch irgendwie, ja, wenn man im üblichen Rahmen der Zeit spielt, nämlich so Feierabend und Co. und abends, frühe Abend. Schwierig. Gucken wir hier nochmal bei den... bei den Druiden. Ah ja, gut. Theoretisch müsste ich hier noch ein weiteres Mal, im Prinzip noch einen dritten Scher abstellen, denn... Die Crew Me Time. Leute, die Crew Me Time gibt es ja auch noch. Die man ja nutzen könnte. Just saying. Vielleicht sollte ich das tun. Während es im Hintergrund klempert, fällt mir auf, wir haben hier gar keine... gar keinen Sound und sonst was. Was ist hier los? Das muss ich erst wieder mal einstellen hier. Zack. Der Mönch ist gefragt. Scherbenwelt, habe ich das richtig geschrieben? Jawohl. Also, Scherbenwelt, Leder und Instanzen. So habe ich das einfach mal genannt. Jetzt ist natürlich die Frage... Was nimmt denn als nächstes? Ich hatte, glaube ich, gesagt, Zange marschen. Eigentlich haben wir... Ja. Doch, wir nehmen mal die Zange marschen. Scherbenwelt, Lederverarbeitung. Da möchte ich mich auch noch ran machen. Wir haben jetzt im Moment... Schattenlande auch nicht weitergespielt. Dort habe ich hier die Mitteilung, dass... Hier, seht ihr hier, dass Pakt Sanktum durch ist. Aber... Die begrenzte Spielzeit ist hier wirklich der Genickbruch, ne? Also, wenn man täglich wirklich drei, vier Stunden... Und das werden viele tun, die die regelmäßig World of Warcraft spielen. Sind eine ganze Menge, die einfach diese Stunden nochmal reinhauen abends. Und nachmittags oder was auch immer. Auch am Wochenende. Dann gerne mal noch länger. Aber mit diesem zeitlichen Korsett... Und ich habe jetzt schon, kann man sagen, acht Stunden, kann man sagen, pro Woche... Ist schon so die Grenze. Eine Stunde am Tag, kann man sagen. Also, ist für mich nach meiner Definition schon... Ende casual, ja? Das heißt, man macht da täglich, haut mal ein bisschen Zeit rein. Aber dann ist auch Ende. Alle, die wirklich Spiel über mehr spielen. Also, schon zwei Stunden am Tag ist für mich schon nicht mehr Gelegenheitsspiel. Das sind 14 Stunden die Woche. Das ist nicht mehr Gelegenheitsspiel. Das sind fast zwei Arbeitstage. Netto an Stunden. Das ist kein Gelegenheitsspiel mehr, Leute. Definitiv nicht. So, und klar, könnte ich das Ganze jetzt beschleunigen, zu sagen, wisst ihr was, ich hau da ein bisschen mehr rein. Bis zum Ende dieses Projekts habe ich auch zwischendurch nochmal so ein paar Tage frei. Dann kann ich auch mal wieder so zwei Stunden Folgen drehen. Und das hat dann schon eine ganz andere Qualität, zwei Stunden Instanzen farmen zu können. Zwei Stunden Auktionen bewirtschaften zu können. Relisten zu können. Zwei Stunden sich durchloggen zu können. Zwei Stunden craften zu können. Es verdoppelt direkt einfach mal die Möglichkeit des Ressourceneinsatzes. Das ist mal eben eine Verdopplung. Das ist 100% Steigerung. Um das mal so plastisch deutlich zu machen. Deswegen sage ich immer, Leute, W.O.W. Gold ist jetzt nicht so viel können. Man muss dafür nicht viel können. Man muss einiges kennen. Aber großer Skill ist nicht dahinter. Denn, äh, sag ich heute, ich in den vergangenen Jahren die Zeit nicht gehabt als Ressource, hörte ich diese Goldsumme auch nicht gemacht. Da hilft Können nichts, wenn du die Zeit nicht hast, Resets zu bekämpfen und zu überwachen. Das hat mit Können überhaupt nichts zu tun. Das ist nur die Zeit. So langweilig ist das. So unspektakulär langweilig ist das. Ja, oder so. 24.000 Gold. Ich denke nicht. Das hatten wir dann zuletzt eingestellt. Wieder auf Normal-Schwierigkeitsgrad, Heroisch ist okay. Denn dann können wir natürlich jetzt auch mal die Daily Heroes gleich probieren. So, den Flugpunkt nehmen wir natürlich mit. Flugpunkt natürlich mitnehmen heißt Terridor. Wieso will ich immer Terridor sagen? So, den Flugpunkt nehmen wir mit, Nagelbalkose. Aha, ja. 2.600 Regionsverkaufspreis. Ja, welche nehmen wir denn mal? Die sind alle ganz nett. Kann man alle mal so durchknacken. Gib Ruf. Vielleicht ein bisschen Gold. Vielleicht ein bisschen Leder. Also im Moment denke ich noch gar nicht an die Erweiterung und die sieben Marken, sondern überhaupt so an Meilenstein, wie es ist, diese Million Gold zu knacken. Wirklich, von Anfang an angefangen. Kein Dragonflight. Nur das WoW-Abo. Sich wirklich hier durchgeleiten auf einer Ökonomie, die jetzt, also, ja, die Server-Ökonomie würde ich hier als, was die BOE-Items angeht, ne? Die Handwerkswaren werden ja EU-weit gehandelt. Also hier geht es um die, wird beim Anlegen gebunden-Geschichte. Leute, da muss ich sagen, ja, letztendlich selbst auf einem High-End-Server, der vielleicht noch schlechtere Preise hat, aber wesentlich mehr Nachfrage. Das geht nicht mit einer Stunde am Tag, Leute. Ihr kommt ja zu nichts, wenn ihr eine Stunde nur Aktionen bekämmt. Und dann sind wir wieder beim zweiten Account. Ja, der zweite, mein, mein Gold-Guide ist für die WoW jetzt in dem Status zweiter Account, wenn ihr die Spielzeit habt. Wenn ihr die Spielzeit investieren könnt und ihr seid jeden Tag und jeden Abend unterwegs und habt eure zwei, drei Stunden, Leute. Ernst, zweiter Account. Gold über die Server schieben, einkaufen, spielt die Ökonomien gegeneinander aus, farmt die Opportunitätskosten der anderen. In diesem Sinne, ihr farmt dann meine Kosten, so wie ich sie jetzt hier habe. Das wollt ihr ausnutzen. Ist das denn jetzt hier, bin ich jetzt hier in der Hero? Oh, eigentlich schon, oder? Heroisch, ja. Oh, wieso finde ich den Totenkopf nicht? Ach doch, da habe ich... Steht ja da, heroisch. Man kann auch in die andere Richtung rennen. Das kann man machen, wenn man sich irgendwie gerade umorientiert auf der Map. Ich habe mich gerade gewundert, wieso die Questgeber... Darin kann ich mich gar nicht mehr ändern, dass die Questgeber entgegenkommen. Ja, in der Rennen... Was hast du denn, Bursche, hier? Weg. Expedition des Szenarios. Hier sowas zum Beispiel, ne? Wird beim Anlegen gebunden. Schwere Grollhofer ist der 25.000 Gold, so. Und das sind so die Sachen. Deswegen farmen wir Ruf. Da kannst du nämlich nicht sofort zum Lehrer gehen und die Sachen lernen und... Hast du nicht gesehen? Das haut ne Hirn. Das ist der Gag. Gut, Leder ist hier nicht, aber wurscht. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da ist devrosch! Da, da, da. Da, da, da. Tamm, 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 tamm. Also tatsächlich Primär ist das für mich hier im Moment So eine kleine Rufhaben-Geschichte Weil ich die brauche, weil ich euch demonstrieren möchte Dass es sich lohnt Sich mit Ruf auseinanderzusetzen Ich nehme jetzt auch hier den hinterletzten Willi nehme ich jetzt hier auch mit Jagermuschel 3 Gold Okay, also die Jagermuscheln verkaufen wir dann lieber so Anstatt das Zeug da drin Wobei Okay, Jaggerperle nur ein Gold Interessant, warum die Muscheln dann so teuer sind Aber ich habe verdient Also hätte ich hier jetzt jemanden noch entdecken müssen? Nee, ne? Nee, das hat er mir dann hier gezeigt. Ich habe keinen vergessen, hoffe ich. I hope so! Wir nehmen alle mit. Oha, gut, die da hinten jetzt. Den schenke ich ihr Leben. Zack. Zack. Sumpfschläger Brustplatte. Auch wertlos schon, leider. Spreink. Genau da oben, da muss ich einen entdecken. Oder? Also normalerweise. Doch Jäger, wieso zeigt er mir den hier nicht an? Er zeigt mir den letzten an, aber genau der hier oben war das. Den muss man einmal. So, das haben wir. Was hast du denn Feines hier vor uns? Joa, wir kommen mal nochmal wieder dann wahrscheinlich, ne? Waffen des Echsenkessels. So, normalerweise wären wir wahrscheinlich jetzt doch bis jetzt mit den Auktionen beschäftigt. Und das kann ich dann wieder in einer der nächsten Folgen machen. Ich will auch mal so ein bisschen, jetzt mal hier Ergebnisse schaffen. Einfach mal hier Ruf haben, hier weiterkommen, vorankommen. Ich bin mal hier. Das war's für heute. Ja, also viele Items sind wirklich, man muss es, man muss es so sagen, wertloser Crap. Ja, also viele Items sind wirklich, man muss es so sagen, ich glaube, es gibt einem nur einen Buff oder so. Danke für eure Wohltat. Eure Wohltat. So, so. So, jetzt wollen wir mal gucken, wenn wir uns jetzt rausporten hier. Wo uns denn dann danach hinschickt? Also, wenn wir uns wieder reinporten. Sobald wir uns wieder reinporten, das war meine Frage. Das ergibt das auch mehr Sinn, hoffe ich. Und da ist es wieder, das Tundra Mammut. Herrlich. 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 Der Plunder ist hier wirklich Plunder. Die stellen wir ein, die stellen wir ein. Weg. 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 Ja, schön mal so auszusortieren. Jägermuschelfleisch weg. Crap. Crap. Die Sachen behalten wir. So, mal sehen. Wo landen wir denn jetzt genau? Doch nicht wieder in der Ehrenfest, oder? Mal gut, okay, Friedhof. Friedhof. Friedhof ist in Ordnung. Wieso bin ich noch im Kampf? Dann teste ich nächste Runde mal diesen Dungeon verlassen. Trick. 107-4-3-4-4-5-5-15-10-4-5-8-8-8-8-9-8-9-1-8-9-1-8-9-6-10-4-8-9-9-8-6-8-8-9-8-9-9-9-8-9-8-9-3. Und ich mache es wieder. Nicht, dass ich nicht mehr Kitze verbethe. Ja, ich nehme mal diesen Dämpf archiv excited. Ich nehme mich, ich nehme an das Runde. Ja, ich nehme dir mal dich, das Runde, das Runde, das Runde, das Runde. Ich nehme mich über die sich, das Runde und ich nehme mal einen CD, So, da oben ist ja auch noch ein Flugpunkt. Den könnte man sich auch noch gönnen. So, Spurensegler, die geben glaube ich Leder. Und noch einen schon coolen Buff. 5 Gold. Aber hilft nichts, weil wir den Kram verkaufen wollen. Fruchtbare Spuren, 84 Gold. 84 Gold? Wie sieht es denn aus hier mit den Glühkappen? 22 Gold. Schon wieder 78. 78 Tage her. Nur mal um zu dokumentieren, wie lange wir das hier schon spielen. Ich sage euch, ich habe keine Offline-Spielzeit, Leute. Alles, was ihr seht, ist dann wirklich... Re-live-wiederholt-live. Ja, das ist das, was ich hier... ...alles on-stream erspiele. Ich habe keine Offline-Spielzeit. Ihr verpasst absolut nichts. Und ich möchte eben am Ende genau diese lückenlose Dokumentation haben, wenn man sagt so, nee, das... Geiler, wenn dann doch vielleicht die Million Gold geknackt wird, dann irgendwann, dass die Leute sagen so, hä, wie, wann, was, wo hat er denn bitte... ...die Million Gold gemacht. Natürlich gehört auch ein bisschen das Glück dazu. Selbstverständlich, ja. Das chromatische Schwert, das war... ...war das unfassbares Können. Natürlich, ja. Da konnte ich endlich mal meinen Skill ausspielen. Und, äh... Ich will mal zeigen, wie man... ...ganz gezielt sagt, das will ich jetzt looten. Und dann wird das gelootet. Aber nein, das ist ja genau der Punkt. Das ist ja genau der Punkt. Es gehört dann manchmal eben doch das kleine Quäntchen Glück hinzu, dazu. Jetzt sind das bei 23. Basiliskenbrocken sind, glaube ich, auch nichts mehr wert. Dann farme ich nämlich... ...Tortelschuppen. Ach Gott, na gut. So, genau. Wir nehmen hier an der Seite ein bisschen Leder mit. Das habe ich schon das ein oder andere Mal gezeigt. Hier diese Westfront. Ja, vielleicht muss ich das... ...das mal aktualisieren. Könnte ich, sollte ich, müsste ich. Fruchtbare Sporen. 84 Gold. So, alles weg, ledern hier. Nichts wird verschenkt. Wo stehen denn die Knotenaut-Leder-Ferzen bei 70? Aha, okay. Auch interessant. Kristalldurchströmtes Leder. Zwei Gold. Auch nichts mehr wert, Leute. Es ist nichts mehr wert. Genau, wir gehen jetzt hier mit dem Uhrzeigersinn. Dann nehmen wir den Flugpunkt mit. Und dann geht das aber in die nächste Instanz. Nach zwei Instanzen will ich mindestens schaffen. Am besten sogar drei jetzt in so einem Run. Wenn man ein bisschen Ruf bekommt. Und ein bisschen Loot-Zugriff auf einige Items und Geschichten. So was wie fruchtbare Sporen hier. Das ist jetzt natürlich nett. Herr, komm, her, komm, her, komm, her, komm, her, komm, her, komm. Ach komm, hier. Euch drei. Hier steht hier gerade so schön. 30 Silber. Heute droppen echt viele fruchtbare Sporen. Also... Ich beschwär mich nicht. Ich freue mich, aber... Das ist ungewöhnlich. Seltsame Sporen. Haben wir auch noch ein paar, genau. Also, ich muss nur rumpöbeln, dann droppt manches. Aber wenn ich dann auch manche Loot-Tabellen lobe... So, dann droppt der Kram wieder nicht. Leute, das ist Karma. Das ist doch Karma, oder nicht? So, jetzt haben wir aber schon mal Scherbenwelt Leder auf 50. Ich würde sagen, hier fehlt doch der Bären-Tatar. Also, ich würde sagen, hier geht's mal. Okay, okay, okay Wir haben jetzt von den 13 stück Nicht so schlecht sage ich mal aber Genau, wir ballern auf jeden fall nochmal Sklavenunterkünfte haben wir ja Da nehmen wir Dampfkammer Oder tiefen Sumpf Wobei, ich glaube vielleicht schaffen wir beides Versuch beides durchzuhauen Zwei Instanzen nochmal kurz hier So 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 Vielen Dank. Das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, wir nehmen die Ader, hatten wir, den Flügel, das waren Sklavenunterkünfte, dann kommen wir von links nach rechts gehen, dann kommt jetzt die Dampfkammer. Ach, Moment, hatte ich, ha, halt, 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 da sind dann noch ein paar Quests zum abgeben, vergessen. So, nämlich. Ich würde sagen, so richtig hier, goldmäßig kommt da nichts rum. Dann nehmen wir nämlich nebenan, nehmen wir neue Quests in Empfang. So, ihr seht hier. Ich muss aber, mal gucken, ich versuche mal, ob ich mich hier noch zurecht finde. Knochenfresser, Wams. Nur sieben Gold Verkaufspreis, okay, das finde ich, das finde ich wenig. Das finde ich echt wenig. Es gibt so schön viel Ruf, das ist so herrlich. Das ist wirklich herrlich, dass es so viel Ruf gibt. Eroberer Gurt. Oh, da hat jemand nicht gelootet. Was ist hier los? Oberer Helm. So, hier den Bogen und den Abbieger einmal machen. Muss man nicht irgendwie die Sache noch Aquarien zerstören. Muss man jetzt gucken. Achso, die geht ja, glaube ich, warte mal, die geht erst auf, wenn wir den da hinten, glaube ich, besiegt haben, ne? So war das, die Dampfkammer. Das waren die zwei Flügel. Okay. Ich kann mich ganz dunkel erinnern. Ansonsten zeigt er das auch auf der Karte alles an, alles gut. Erdbänder, der Erdbänder schleicht hier rum. Sklave des Lumpen-Packs. Gebt alles Lut, die hau ich mit um. Gebt auch Ruf, hau ich mit um. Das ist jetzt. Nein! Entschuldigung. Ich bin hier gerade verhakt. Ich wollte nicht... Habe ich sie jetzt... Genau, jetzt habe ich sie doch angestellt, ne? So, genau. Damit ist sie nämlich jetzt auch geöffnet. Ich glaube, eine Abkürzung gibt es da zwar nicht. Gibt es eine Abkürzung hier? Nee, ich glaube nicht. Und der Durchschwimmen bringt irgendwie auch nicht viel. Okay. Los geht's. Das ist hier. Oder wäre das die Abkürzung gewesen? Das wäre sie gewesen, ne? Oder ist es noch was anderes hier? Weil er auf einmal die Karte fändet. Seht ihr das? Irgendwie, also... Jetzt nur, weil ich unter Wasser bin oder so? So... Der Marsch durch die Instanzen. Ich glaube, jetzt können wir sie dann auch öffnen. Man sieht schon hier die... Die Namensplaketten. Was? Tür ist verschlossen? Hier ist die Tür verschlossen. Oh nein. Ich glaube, ich habe irgendeinen Mechanismus nicht bedient. Ich habe es befürchtet, Leute. Ich habe es befürchtet. Aber nicht. Hier muss ich irgendwas machen, oder? Okay, ich habe... Ich habe einen Mechanismus nicht bedient. Aber wo? Bei dem ersten Boss nicht. Habe ich mal einen... Anfängerfehler gemacht. Fragezeichen. Schlichtweg vergessen. Ich habe es einfach... Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Aber nun. Und wie ihr seht, ist das Tor auf. Also man muss es gar nicht von alleine... Also man muss es nicht anklicken oder interagieren. Es öffnet sich dann von alleine. Das habe ich tatsächlich... Ich habe mich verpeilt. Hallo. 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 Tschüss. Brustplatte ist der Oberrass. Keine Crash. So. Wahrscheinlich ist jetzt hier das selber rauslaufen. Schneller als... Als alles andere. Eben weil das keine so riesengroße Instanz ist. Und wir jetzt nur einmal... Dann nehme ich nämlich jetzt direkt die nächste... Die nächste Indie noch mit, die wir haben. Nämlich den tiefen Sumpf. Gut, dann könnte man die Höhle des Schlangenschreins. Aber ich glaube, bei dem einen Boss muss man, glaube ich, angeln. Dass man den... Das ist ein Zusatzboss. Ich weiß es nicht mehr. Aber der Schall hier hat bald die größere Transmog-Bibliothek als mein Hauptcharakter. Einfache zwischen die ganzen Instanz... Also eigentlich nicht, aber... Es ist halt lustig, immer zu lesen, was alles der Vorlagensammlung hinzugefügt wurde. Das hat schon was lustiges. Also gab jeweils ein bisschen Ruf und ein bisschen Gold. Und dann nehmen wir es noch genau. Die nächste. Die packen wir es auch noch mit ein. Weil wir schon hier sind, Leute. Die Sklavenunterkünfte und Höhle des Schrankes. HDS. Ziehen wir dann mal nach. Und wir haben wieder Platz für Quests. Seid gegrüßt. Genau. Und hier gibt es jetzt ein bisschen was, zumindest zu ledern hier. Zonk. Zornflossenrüstung. Zornflossenrüstung. Hatten wir die da etwa noch nicht? Hatten wir noch nicht. Die ist nicht so schlecht. Also hat auch... Ich sag mal, die könnte man für 1000 Gold auf jeden Fall auch verkaufen. Die gehen ganz gut weg. Mal abledern hier. Und wir werden massig an Massen an Leder brauchen. Und haben jetzt schon bummelig. Das sind 300 Gold schon mal. Die wird es nicht ausgeben müssen. 300 Gold, 300 Gold. Ja, genau. Aber 300 Gold sind 300 Gold. Ja. Wie reagieren die hier eigentlich? Tickern die Wände sofort. Ziehen die sofort Agro. Nicht? Na toll. Kein Loot, kein Leder. Schade. 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 Was im Kirschlernier, jawohl. So, die drei da unten nehme ich jetzt aufs Prinzip auch noch mit. Auch wenn sie leider nur Mist haben in den Taschen. Weiter geht das. Level 75, Fertigkeitslevel 75. Lebenspartikel, wo steht denn eigentlich Urleben, würde mich dann auch mal interessieren. 99, na gut. Also man hat schon Schlimmeres gesehen, so ist es nicht. Loot ist bisher hier, bis auf diese eine Rüstung, Brustrüstung, nicht so spannend. Ach genau, das ist hier Sporiger Ruf, so war das. Insofern lohnt sich das alles zu machen. So hat man ein paar Daily Heroes, die man durchknacken kann. Silber schneiden, Axt, ja. Mal gucken. Aetherium Schießkassette ist gut. Oh, jetzt geht das aber hier, back to back to back, Leute. Aetherium Schießkassette. Okay, das war leider Crap, das ist auch Crap, okay schade. Also nur ein bisschen Rohsilber, mehr ist das nicht, wenn ich die Sachen direkt in den Wendor gebe. Halt, Loot nicht vergessen. Genau, so. So, und. Wie komme ich dazu? Kann ich jetzt einfach so schon rüber schwimmen? Ja, ne? Müsste eigentlich gehen. Ich muss hier nicht nochmal zurück wandeln. Das ganze Gefiech ist totgegangen. Hier oben war Kran, ich glaube der war auf der anderen Seite, ne? Ja, genau, hier ist nix. Das ist jetzt auf der anderen Seite. Und dann sind wir ja super in der Zeit, Leute. 52 Minuten. Das ist doch, das ist doch Chey. Das ist Leigh. Das ist n'was zum Verkaufen. Ein paar Quests. Fertig. Ja. 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 Sklaventreiber waren es auch nix mehr wert, ne? Was für ein hundert, hundert Leder haben wir schon. Kann man schon über die ersten Skillpunkte mit arbeiten. So ist es ja nicht, ne? Das ist ja... Da wollen wir hin, ja. Bequeme Einliegesohnen. Ranzen des Lebens. Dickes Krollhoofleder. 4 Leder. Nicht schlecht. Also. Seid gegrüßt. Was führt euch hierher? Windrufer Klaue entdeckt. Oh, schön. Das ist doch gut. Haben wir ein bisschen was. Bisschen dann... Bisschen etwas hinter uns bringen können. Nach so einem Arbeitstag und so viel Videokonferenzen und Skype-Calls und überhaupt... Rede ich nur noch Co- oder Welch-Lorte. Sorry. Das ist dann echt so. Als hätte die Zunge einen Muskelkater. Derbnisbringer. So, so. Und das ist natürlich auch schon cool, dass man jetzt hier schon direkt so... So, nochmal 10 Gold. Hm, pff, ja. Bringt mir ein Gebüsch. Bringt mir ein weiteres Gebüsch. Genau, das ist nachher für Ruf. So, wenn man jetzt... Wartet mal, wenn ich jetzt mal einen Dungeon Browser... Privat. So, jetzt mal schauen. Wo uns dann hin portet. 6, 2, 2, 8, 9, 1. Also, das war jetzt diese Folge nicht so relevant für Gold. Eher für Ruf, bisschen Leder, Kleinkram. Also, das ist jetzt mal ein bisschen Kontrast. Wieder... 3600 Gold. Man hat schon Schlimmeres gesehen. Nächste Folge, 134. Könnte ich mal in diesen ganzen Bereich hier auch in Nightcrypto und sowas. Also, Terokravelda. Hier so rein. Mana Gruft. Seht ihr kein. Schattenlabyrinth. Um das so ein bisschen im Wechsel zu haben. Kerasan. Ja, wäre das hier auch mal so eine Maßnahme. Okay. Also, derselbe Effekt. Man landet hier beim... Flughafen. Beim Friedhof. Hier vom Flugpunkt. Okay. Okay. Jetzt stimmt zwar die Goldsummen gleich nicht mehr, weil ich jetzt ein paar Sachen verkäufere. Aber... Stöbert nach eurem Belieben. Aber macht er nix. Und ihr seht, das sind schon ein paar Geschichten, so. Die da zustande kommen, die das Inventar voll kladdern und klötern. Und ja, die grauen Sachen sind alle... Also, auf dem Server ist das wirklich crap. Es sind immer nur ein paar Handschuhe. Ja... Naja, was ist hier? Mal gucken. Vielleicht ein, zwei Gegenstände. Ähm... Ich schicke rüber. Die korrodierte Panzerhose. Und diese stumpfen Plattenstiefel. Der Rest kann wirklich weg. Die haue ich rüber. Acht. Das ist auch echt viel, Mr. Wein, Leute. Na, wirklich viel. Ja, die natürlich. Die auch natürlich. Aber dann wird's schon dünn. Dann wird's echt dünn. Bei vielen Sachen bin ich wirklich geneigt zu sagen, wisst ihr was, Leute? Da freue ich mich dann lieber auf das Kleingold. Kann ich zu Diensten sein? Ja, der andere Kram, das kann ja wirklich alles weg. Ne, Rustili da natürlich nicht. Urnether. Weg, 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 weg. So, leuchtende Sporen. Seltsame Sporen vielleicht nicht. Dann mal nochmal gucken. Grüne Drachenschuppen auch auf keinen Fall. Das auch nicht. Aber diese anderen Sachen... Genau, hier Schrott verkaufen. Alles weg, weg. Mit ihr. Ihr seht, schon wird das, schon wird das ein bisschen kleiner hier alles. Übersichtlicher. Ja, das verkaufe ich alles so, echt. Hier zwei Gold-Regionsverkaufs-Armschienen, Leute. Verkaufe ich nicht weiter. So, seltsame Sporen. Ja, das sind so Sachen, die schicke ich jetzt nochmal rüber. Also ein bisschen was ist übergeblieben. Insofern stürmt der Gold-Prusch. Hier, jetzt haben wir 622,971. Die Hand voll, das ist jetzt aber egal. Also nochmal, ne. Das ist hier keine Prüfung, die wir hier einreichen. Sondern das ist jetzt nur für mich. Das ist nur für uns, um das nachzuvollziehen. Dass man ungefähr einen Überblick darauf hat. Schattenseite, wohl anscheinend reset it. Reset it. Fruchtbare Sporen. Da muss ich auch nochmal ein paar Sachen verkaufen. Und hier die Schultern. Das hauen wir auch alles raus. Das hauen wir alles raus. Alles muss weg. Na, eigentlich möchte man das ja, damit ich jetzt, weil ich eben nicht weiß, wann ich mich zum nächsten Mal einlogge. Dann habe ich jetzt wieder totes Kapital in den Taschen. So. Dann mache ich jetzt nach dieser Session heute auch nochmal, haue ich das jetzt hier rein beim Auktionsman. Und kümmere mich dann morgen wieder um die Auktion. Und dann haben wir einen intakt dazwischen. So. Da haben wir nur Kleinkram bisher verkauft. Das machen wir das nächste Mal. Ne, hier wird gar nichts zerstört. Wir gucken jetzt mal, was hier in die Gruppen muss. Okay, das sind hier die Sachen alle. 99, 99. Knochenfresserwärms gucke ich gleich mal. Hier mache ich auch 99. 99, 99. So, Zornfluss in beiden Schützer. Da mache ich mal die 2,99. Bei der Rüstung kann man ein bisschen höher ansetzen. Dann mache ich jetzt die 8,99. 12,99. Silberschneiden, Axt sind mir zu viele Mitspieler. 2,99. Also insofern mache ich doch hier das Auktionseinstellen zumindest. Mache ich jetzt doch hier 9,49. Das ist der Pirscherrüstung. So, diese Hose. 25.000. Auf keinen Fall. Wir probieren mal 6. 8. 8 ist schon wieder alt. 7. Knochenfresserwärms. Schwer einzuschätzen. Ich probiere mal 8,99. So, rein ins Getümmel. 1,48. Hier wird schon wieder gedammt so ein bisschen. Aber gut. Hier schauen wir. Dann habe ich gesagt. Ja, ist egal. Ne, das Leder verflippen wir jetzt nicht, oder? Müsste man Leder flippen? Ich meine, das ist gerade... Das hat gerade einen guten Preis. Ja, wenn das wieder sinkt. Dann kaufen wir es günstiger wieder ein. Verkauft. Gucken wir mal, was ist denn hier mit den Preisen los hier. So, das ist das. Schicke ich jetzt das Leder rüber. Denn wenn es so ist, wie wir das jetzt angezeigt bekommen, ist das gerade tatsächlich teuer. Das Knotenhautleder. Viel zu teuer. Und dann müsste man ja eigentlich, wenn sich in einem Aktionshaus was tut. Und genau das möchte ich euch auch vermitteln und zeigen. Dass ich das selber auch anwende, wenn ich gerade feststelle. Ne, wir brauchen zwar die Sachen zum Craften und Verarbeiten. Aber dann kaufe ich mir sie lieber für ein bisschen weniger wieder zurück. Und habe trotzdem die Handvoll Gold gewinnen. Selbst wenn es nur die Handvoll Gold ist. Aber genau das sind ja diese Momente. Dass wir diese Mini-Profite mitnehmen. Weil die diesen großen, langen, 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 superschwierigen Weg einfach ein bisschen verkürzen. Und wenn es zwei Finger breit sind. Aber für den Preis würde ich gerne ein bisschen auf der Wille mitschwimmen. Und haue jetzt hier Knotenhaut. Und seht ihr jetzt auch schon 5 Gold. Schon die ersten Knallnasen. Mache ich jetzt psychologisch hier die 499. Zack. Ich kriege nicht mehr einen Hinweis, dass man eigentlich nicht so unterbieten soll. Aber wurscht. Denn das wird wieder absacken. Also hier hat ein Reset stattgefunden. Ganz kleiner. So. Jetzt sind wir aber durch. Nächstes Mal wird wieder auktioniert. Und ich sage schon cool, dass ihr da wart. Schon cool, dass ihr wieder kommt. Ich freue mich über die Daumis. Ich freue mich über die Kommentare. Die helfen mir sehr dem YouTube-Algorithmus. Wir grinden uns weiter durch. Nächster große Malenstein werden die 650.000 Gold. Das wird wieder eine Weile dauern. Aber wir farmen jetzt Ruf. Ich möchte mich um das Scherben. Lederkümmern, Lederverarbeitung. Dafür brauche ich Ruf. Dafür brauche ich Material. Wir gehen in Stunzen und Raids. Das ist einfach notwendig. Das ist so. Das ist die Zeit. Das ist das Grinden. Das ist dieses Geduldsspiel. Das ist der Marathon. Ich freue mich, wenn ihr weiterhin auch dabei bleibt. Und sage bis Folge 200 ziehe ich jetzt erstmal durch. Und dann gucke ich mal, wo ich stehe. Ob ich da eine Einschätzung habe. Brauchen wir da nochmal 50 Folgen? Brauchen wir 100 oder wird das alles nicht reichen? Schauen wir mal. Guten Loot euch. Gutes RNG. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.